Tristin' Tiger zu Rasta! Zu cool, Joe! Shakes steht frei! Oh! Shakes wurde gefoult! Zu aggressiv für den Schiri! Die Superstrikers haben zwei große Spiele vor sich! Palme und dann Invincible United! Und der Druck zeigt sich im Gesicht des Coaches! Daneben! Der junge Stürmer hat überraschenderweise verfehlt! Und sein Trainer ist nicht glücklich! Was ist das? Kann das sein? Ja, das stimmt, Meg! Ein perfekter Lupfer! Tor! Und was für ein Tor! Es sind nur noch zwei Minuten zu spielen! Coach! Der Coach ist zu Boden gegangen, Meg! Was?! Coach! Danke für Ihre Bewerbung, meine Mannschaft zu trainieren, Mr. Karkowski. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie das Zeug haben, auf Super League Level zu trainieren. Ähm, also... Außerdem! Invincible United braucht gerade keinen Trainer! Es gab eine unerwartete Gesundheitskrise, die den Superstrikers-Coach für mindestens die nächsten zwei Spiele außer Gefecht setzt! Wen werden die Superstrikers engagieren, um sie durch ihre nächsten zwei Spiele gegen Club Palmentieri und Invincible United zu bringen? Moment! Ich glaube, ich habe vielleicht doch noch einen Job für Sie! Invincible United zu trainieren wäre ein wahrgewordener Traum für mich! Haha! Nein! Der Job, den ich meine, ist bei den Superstrikers! Hm? Aber Sie arbeiten für mich! Es ist eine einfache Aufgabe! Alles, was Sie tun müssen, ist dafür zu sorgen, dass die Superstrikers schlecht spielen! Also, was denkst du? Ja, sein Lebenslauf ist nicht schlecht, aber... Ich sagte, keine Aktivitäten! Und kein Stress! Ich unterhalte mich mit... Keine Aktivitäten heißt keine Aktivitäten! Kein Stress heißt kein Stress! Verstanden? Sie müssen die Arbeit vergessen, die Superstrikers vergessen, und Sie müssen etwas essen! Ich kann nicht! Doch, das können Sie! Und das werden Sie! Ja, sein Lebenslauf ist nicht schlecht, aber... Hä? Also, ihr habt ihn gehört! Holen wir diesen Krakowski-Typen hier rein! Ja! Wenn der Coach sagt, dass er gut ist! Korrektimundo, Block! Was Coach sagt, gilt! Okay, bringen wir ihn rein! Das ist das legendäre, geheime Trainingsgelände der Superstrikers! So etwas habe ich schon viele Jahre nicht mehr gesehen! Wirklich? Das ist eine brandneue Maschine, die wir erfunden haben! Sie nennt sich Matchmatte! Ja, natürlich... ähm... Also, das habe ich noch nie gesehen! Ähm... fangen wir an, okay? Sie kennen die Jungs! Das sind Block, Big Bo, North Shore, El Matador, El Matador, Twisting Tiger, Cool Joe und Shakes! Wir werden Palme besiegen, indem wir gut organisiert sind! Ähm... also... Zieht erstmal die hier an! Verteidiger zusammen, Mittelfeld und so weiter! Und ich dachte schon, Coach hätte komische Methoden drauf! El Matador! Warte! Coach, ich möchte mit dir über das Training reden! Ja? Ich will nicht respektlos sein! Aber ich glaube nicht, dass das Training das Beste für unseren Spielstil ist! Wirklich? Ist das so? Es fühlt sich einfach nicht richtig an, Coach! Was sich nicht richtig anfühlt, ist, dass du meine Entscheidungen hinterfragst! Wenn du mir nicht vertrauen kannst, wieso trainiere ich dich dann? Du wirst ohne zu hinterfragen zuhören und das ist endgültig! Nein! Ja? Ja, hm! Ja? Coach, irgendwas stimmt einfach nicht mit Krakowski. Shakes. Unterschiedliche Trainer haben unterschiedliche Methoden. Du musst Krakowski vertrauen und offen für seine Ideen sein. Aber er versteht unseren Stil überhaupt nicht. Manchmal bringen die komischsten Techniken die besten Ergebnisse auf den Platz. Du hast recht. Danke, Coach. Wenn ihr auf Krakowskis Weise spielt, könntet ihr gegen Palme und Invincible United verlieren. Du hast recht, Spencer. Aber vielleicht sollten wir ihm eine Chance geben. Vielleicht ist er total cool. Also? Alles läuft wie geplant. Gut. Unsere Taktiken werden ein Versagen der Superstrikers garantieren. Sie werden morgen gegen Palme und Thierry verlieren und dann gegen Invincible United. Hahaha. Die Super League Trophäe werden mir gehören. Aber die Superstrikers benutzen heute eine sehr komische Taktik gegen Palme. Bleibt auf eurer Linie. Zerstört die Formation nicht. Machen Sie langsam, Mr. Krakowski. Wir brauchen keinen weiteren Trainer im Krankenhaus. Wohoho. Und Big Bo hat den Schuss von Don Aldo gerade so gehalten. Wir haben keine Chance gegen Invincible United, wenn wir so spielen. Versuch, ihn vorzuflanken zu Shakes. Sieht aus als Läge der Aushilfstrainer nicht ganz richtig. Nein. Und jetzt ist Palme am Ball. Können sie aus den bizarren Taktiken der Superstrikers einen Vorteil ziehen? Tor! Don Aldo! Die Superstrikers-Verteidiger unterstützen sich nicht gegenseitig. Das ist verrückt. Ich finde es schwer zu glauben, dass das das Team ist, von dem man sagt, dass es angeblich dieses Jahr den Titel gewinnen soll. Ich fühle mich so entspannt. Die Superstrikers verlieren gegen Club Palme and Cherry mit 2 zu 0. Wenn die Strikers im Rennen um den Superleague-Titel bleiben wollen, muss Krakowski für das United-Spiel besser vorbereitet sein. Seht mal, Leute. Es ist schon okay. So was passiert eben. So schlecht war es nicht. Wir haben da draußen wie Amateure ausgesehen. Meine Herren, als euer neuer Trainer verspreche ich, dass wir unseren neuen Spielstil meistern werden, bevor wir gegen Invincible United antreten. Gut, dann müssen wir ihn im Training morgen meistern. Oh nein. Das morgige Training fällt aus. Das Spiel heute war hart. Ihr braucht eine Pause. Ich weiß nicht, was du vorhast. Aber ich werde es herausfinden. Hey, Shakes. Hartes Spiel, hm? Ja. Hör mal. Ich glaube, es ist Zeit für etwas Recherche. Ich bin ganz ohr. Ich glaube, Krakowski will, dass wir verlieren. Und wir müssen herausfinden, wieso. Aha. Such die Beweise und bring sie, Coach. Kein Job ist zu groß für Detektiv Spencer. Ja. Ah! Hm. Puh. Spencer, wir haben keine Zeit mehr. Heute ist Spieltag. Sag mir, dass du etwas rausgefunden hast. Shakes, ich folge ihm schon seit zwei Tagen. Der Typ ist Saubermann. Moment, warte mal. Shakes, ich ruf dich zurück. Tolle Arbeit. Sorge dafür, dass die Superstrikers dieses Spiel so schlecht wie das letzte Woche spielen. Und wir werden heute gewinnen. Ganz sicher. Hab dich. Hey. Was soll das, du Kleines? Gib mir das zurück. Oh oh. Ah! Oh! Hä? Es ist irgendwie ziemlich weich. Hm. Das kam von da drüben. Richtig, Bösewichte. Ich muss das zum Coach bringen. Heute ist Spieltag im Strikerland. Alle fragen sich, ob die Superstrikers für ihre alten Feinde, Invincible United, bereit sind. Mein Plan hat perfekt funktioniert. Krakowski hat die ganze tolle Arbeit mit den Superstrikers vom Coach rückgängig gemacht. Wir werden heute gewinnen. Aber sicher. Hoffen wir mal, dass Krakowski einen neuen Schlachtplan für die Männer in Rot hat. Alles klar, Jungs. Es ist soweit. Das große Spiel. Das letzte Match lief nicht so gut. Also haltet euch diesmal an den Plan. Ansonsten. Ah. Ha, 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 ha. Huh? Oh. Hm? 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 Die Superstrikers sehen eher wie eine Marschkapelle als eine Fußballmannschaft aus. Zurück auf deine Linie! Siehst du, du wärst da gewesen, wenn du die Form nicht gebrochen hättest. Sie sind zu nahe zusammen. Spiel den Ball nach außen! Tor! Unglaublicher Volley von Scarra! Und es steht 1-0 für Invincible United. Der Zing Rasta! Wenn du nochmal aus der Reihe fällst, wechsel ich dich aus! Krakowski versucht, uns verlieren zu lassen. Ich weiß, Mann. Und ich habe genau das Richtige dagegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht operiert werden soll. Hä? Oh, richtig, Coach. Ich bin es, Spencer. Shakes sagte, dass ich dir das geben soll. Sofort! Tolle Arbeit. Shakes hatte recht. Wenn sie die ganze Zeit diese verrückte Formation spielen, wird Invincible United sie zerstören. Äh, habe ich irgendwas im Gesicht? Das sind neue Moves und Formationen für das Team. Bring sie so schnell wie möglich zu Dancing Rasta. Die Saison hängt davon ab. Absolut, Coach. Superstrikers, hier kommt Detektiv Spencer, um den Tag zu ragen. Warte, warte. Der Fernseher, das Spiel. Ich weiß, dass es ein wichtiges Spiel ist. Und sie waren so brav. Was kann es schon schaden, das anzusehen? Hey, macht sofort diese Tür auf! Wir versuchen es, Coach. Ja, sie scheint zu klemmen. Lasst mich rein! Ah, hallo. Was willst du denn hier? Nichts, ich bin nur hier, um eine Lieferung zu überbringen. Eine Lieferung? Oh, das ist lächerlich! Ein kleines Geschenk vom Coach. Wie kommt es, dass meines ganz schmutzig ist? Shakes hatte die ganze Zeit recht. Krakowski arbeitet für Invincible United. Keine Krakowski-Moves mehr. Es ist Zeit, auf unsere Weise zu spielen. Auf die Superstrikers-Wise. Eins, zwei, drei. Superstrikers! Also, ich habe einen kleinen Film, den ich gerne nach Spielende zeigen möchte. Es tut mir wirklich so leid, Coach. Mann, die Tür hat aber geklemmt. Keine Sorge, Mann. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie die Linie halten. Befolgt den Plan! Oder ich bin verloren! Ich meine, wir sind verloren! Gehen Sie zurück! Endlich sehen Sie wieder aus wie die Mannschaft, die ich kenne! Viel Talent und Instinkt! Die Superstrikers verkürzen! Sie brauchen noch eins für den Ausgleich und zwei, um den Sieg nach Hause zu holen! Was auch immer Coach Krakowski Ihnen während der Halbzeit gesagt hat, funktioniert offensichtlich! Gut gemacht! Aber wieso? Versucht ihr nicht? Ja, ja, Coach. Kein Problem. Bleibt zusammen und folgt eurem Herzen! Ich kann meinem Herzen nicht folgen, wenn Krakowski hier ist. Aber vielleicht? Gebt ihm einen Moment, Leute. Er dreht durch. Und zwar genau jetzt. Was macht ihr da? Ich sagte... Coach! Gehen Sie zurück! Shakes! Was machst du da? Was? Nein! Auf keinen Fall! Ich wollte gerade... Du kannst das Spiel von der Tribüne aus sehen, Coach. Es passiert nicht oft, dass der Trainer weggeschickt wird, Mac. Nein! Das letzte Mal war das... Ähm... Also, es ist schon sehr lange her. Shakes passt den Ball zu Cool Joe. Wird schon schief gehen. Tor! Mit diesem Move bringt Shakes die Superstrikers an die Spitze! Die Superstrikers besiegen ihre Erzfeinde mit 3 zu 2! Du bist gefeuert! Moment mal! Da läuft etwas auf der Leinwand! Sorge dafür, dass... Der Aushilfstrainer der Superstrikers arbeitet eigentlich für Invincible United? Also wirklich! Ohoho! Was für ein Skandal! Ohoho! 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 Was für ein unglaubliches Comeback! Wir hätten es nicht ohne unseren Coach geschafft! Ich hätte nicht gedacht, dass es mit Krakowski funktioniert! Oh, das war nicht Krakowski! Das war's du! Ohoho! Untertitelung des ZDF, 2020